Diese Sendung widmet Ihnen die BWAK Unternehmensgruppe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Energy TV, Ihrem Info- und Servicemagazin der BWAK Gruppe. Ich darf Sie heute aus dem Windpark Pots-Neusiedel begrüßen, wo zwei der leistungsstärksten Windenergieanlagen der Welt seit Februar offiziell in Betrieb sind. Die E126 hat eine Leistung von 7,5 Megawatt und kann so jährlich bis zu 4000 Haushalte mit Energie versorgen. Enercon E126 mit 7,5 Megawatt die leistungsstärkste Windenergieanlage der Welt. Zwei dieser Anlagen sind nun auch im Burgenland zu finden, in Pots-Neusiedel. Am 22. Februar 2012 erfolgte seitens der BWAK die offizielle Inbetriebnahme. Beeindruckend sind die technischen Daten der E126. Die Windenergieanlage arbeitet getriebelos. Das Fundament weist einen Durchmesser von rund 29 Metern auf. Das Betonvolumen beträgt ca. 1400 Kubikmeter. Die Nabenhöhe 135 Meter. Zum Vergleich, der Stephansdom weist eine Höhe von rund 137 Metern auf. Und mit einer Leistung von 7,5 Megawatt kann eine der Anlagen rund 4000 Haushalte jährlich mit Strom versorgen. Vor rund einem Jahr, am 13. Mai 2011, erfolgte der Spatenstich zur Errichtung der beiden Windenergieanlagen in Pots-Neusiedel. Von neuen Dimensionen war damals die Rede. Und das ist auch so. Mit dem Einsatz dieser Anlagen beweist die BWAK-Gruppe, dass sie als größter Windstromproduzent Österreichs auch technologischer Vorreiter ist. Eine der beiden Anlagen wird gemeinsam mit Enercon als Forschungsstation betrieben, um die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Windenergie voranzutreiben. Mit diesem Projekt wurde die zweite Ausbaustufe für die Windkraft im Burgenland eingeläutet. Die beiden Anlagen sind nur ein Beispiel dafür, dass der Ausbau der erneuerbaren Energie im Burgenland zügig voranschreitet und das Ziel, 100% Ökostrom made im Burgenland, immer näher rückt. Insgesamt stehen im Burgenland über 200 Windenergieanlagen. Rund zwei Drittel werden von der BWAK-Tochter Austrian Windbauer betrieben und seit kurzem auch zwei der weltweit leistungsstärksten Anlagen. Eines ist sicher, die E126 in Potz-Neusiedl ist eine neue Dimension in der Windenergieproduktion und Energieexperten als auch der Bevölkerung ein Begriff. Ist man da stolz als Potz-Neusiedler, wenn man so eine tolle Windanlage hat? Naja, als man endlich berühmt wird halt als Potz-Neusiedl. Endlich Potz-Neusiedl. Potz-Neusiedl ist jetzt berühmt? Naja, berühmt, es ist bekannter. Und da ist man stolz? Na, stolz. Ja, man freut sich halt. Wer umbaut oder ein Haus saniert, steht oft vor einer Vielzahl von Entscheidungen. Die BWAK hat jetzt ein Sanierpaket geschnürt, mit dem es Heimwerkern mit Rat und Tat zur Seite steht. Wer saniert oder umbaut, dem bietet die BWAK ein ganz besonderes Service. Das Sanierpaket. Sie erhalten damit Anregungen, wertvolle Informationen und Hilfestellungen rund ums Bauen, Wohnen und ihre Energieversorgung. Was beinhaltet das Sanierpaket der BWAK? Das Sanierpaket beinhaltet die Erstellung von zwei Energieausweisen. Zuerst wird der Energieausweis für das Bestandsgebäude erstellt und dann werden einige Sanierungsvarianten durchgerechnet und der eine optimale Sanierungsenergieausweis erstellt. Nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen wird dann zusätzlich eine Kontrolltermografie durchgeführt, um die Qualitätssicherung zu überprüfen. Der Energieausweis ist mit dem Typenschein eines Autos vergleichbar. Viele interessante Kennwerte des Hauses sind darin enthalten, wie zum Beispiel die Energiekennzahl. Seit 2008 ist der Energieausweis bei allen neuen Gebäuden Pflicht, auch bei umfassenden Sanierungen, Zu- oder Umbauten. Thermografie bezeichnet eine Messung mittels Wärmebildkamera. Ziel ist, Wärmeverluste bei Fenstern, Decken, Türen und Wänden anzuzeigen. Auch beinhaltet das Sanierpaket Leistungen, wie zum Beispiel Informationen über zu verwendende Baustoffe oder zum Thema Förderungen. Für wen ist dieses Sanierpaket eigentlich interessant? Das ist für Haus- oder Wohnungsäugentümer interessant, die ihre Immobilie sanieren wollen, die durch bauliche Maßnahmen Energieeinsparungen planen, damit einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten und sich natürlich auch etwas Gutes tun und ihre eigenen Betriebskosten damit senken. Weitere Informationen zum Thema Sanierpaket erhalten Sie unter dem kostenfreien Kundentelefon 0800 888 9000 oder auf der BEWAG-Website www.bewag.at Als Premium-Kunde erhalten Sie eine Vergünstigung von 10%. Im Haus installierte Rauchwarnmelder können Leben retten, denn wenn es brennt, dann zählt jede Sekunde. Wenn Sie nur eine geringe Menge von Brandrauch aufspüren, schlagen Sie sofort Alarm. Viele Brandopfer verunglücken nachts in den eigenen vier Wänden. Die Brandursachen sind oft defekte Elektro- und Heizgeräte, veraltete Leitungen und Blitzeinschläge, aber auch kleine Unaufmerksamkeiten wie glimmende Zigarettenstummel, brennende Kerzen oder die unsachgemäße Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten. Gefährlich ist bei einem Brand jedoch nicht nur das Feuer, sondern auch der Rauch. Tagsüber kann ein Brandherd meist schnell entdeckt und gelöscht werden. Nachts dagegen schläft der Geruchssinn. Die Opfer werden im Schlaf überrascht, ohne die gefährlichen Brandgase zu bemerken. Rauchwarnmelder erkennen einen Haus- oder Zimmerbrand bereits im Anfangsstadium. Sobald Sie geringe Mengen an Brandrauch feststellen, lösen Sie Alarm aus. Ist es verpflichtend, in Burgenland einen Rauchmelder zu installieren? Es ist laut OIB-Richtlinien Nummer 2 verpflichtend, beim Neubau Brandmelder zu installieren. Die können ganz einfach mit Batteriemelder oder mit Alarmanlage kombiniert werden. Es ist in Österreich der Anteil noch sehr gering, dass es diese Vorschrift noch nicht lange gibt. Und wir bewegen es im Prozentbereich von 7 bis 10 Prozent. In anderen Ländern wie Großbritannien oder Holland sind es schon 70 bis 90 Prozent. Brandmelder gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Preisklassen. Brandmelder in der oberen Preisklasse lassen sich untereinander vernetzen. Das heißt, löst ein Rauchwarnmelder in einem Raum Alarm aus, schalten sich auch die anderen im Haus dazu. Bei günstigeren Varianten ist eine Vernetzung meist nicht möglich. Also das Wichtigste sind C-Kennzeichen und Ö-Normen, die entsprechend die Melder geprüft worden sind. Der Nachteil ist bei den günstigen Meldern, dass Batterien eingebaut sind, die herkömmlich in jede Fernbedienung, in jedes kleine Gerät passen und die oft ausgebaut werden und somit der Effekt des Schutzes weg ist. Die Melder sind zermontiert, funktionieren aber nicht. Und das passiert dann oft, dass eben zwar ein Brandmelder montiert ist, der aber nicht funktionstüchtig ist. Man hat auf den Meldern Prüftasten oben, mit denen man eine Überprüfung sollte, ob der Brandmelder funktioniert. Wenn nicht, müssen die Batterie getauscht werden. Deswegen ist auf jeden Fall ein Vorteil, beim Neubau auf jeden Fall eine verkabelte Anlage zu verwenden, weil die Wartung viel einfacher ist. Man bekommt auch bei dem Verkabelten eben kombiniert mit Alarmanlagen eine Meldung aufs Handy oder zu einem Nachbarn oder zu den Eltern, wo eben dann rasch reagiert werden kann und die Personen gerettet werden können. Rauchwarenmelder helfen Leben zu retten und sollten in keinem Haushalt fehlen. Möchten Sie teure Batterien sparen und dabei auch noch die Umwelt schonen, dann legen Sie sich ganz einfach diesen Solarwecker zu. Mit seinem Solarmodul tankt er Energie aus dem Tageslicht. Der Solarfunkwecker von Qantas funktioniert immer und überall. Das Solarmodul speichert die Energie aus dem Tageslicht im langlebigen Spezialakku. Batterien sind nicht notwendig. Durch den Abgleich mit dem Funkzeitsignal ist der Wecker unübertroffen ganggenau und stellt sich automatisch auf Sommerzeit um. Weiters gibt es kein lästiges Sekundenticken. Einmal voll aufgeladen, würde der Wecker im Dunkeln ein Jahr lang funktionieren. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Wir sind auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Energy TV. Im Namen des ganzen Teams sage ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Frühling, ganz ohne Frühjahrsmüdigkeit. Ganz im Gegenteil, ich wünsche Ihnen viel Energie. Diese Sendung widmete Ihnen die BWAG-Unternehmensgruppe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.